Und somit willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir müssen Dr. Young die Forth Zass retten. Okay, und nicht mal leise. Auch nicht schlecht. Okay, wir können hier rein. Und Zass. Ein Katz-und-Maus-Spiel kann schmerzhaft sein. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegillt! Ja, ja. Wie wär's mit dem Elektroschock? Und au! Komm! Weg! Mit dir, kleiner Mann! Oh, da bist du ja! Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie zässt die gute Frau Dr. Schreinlings, während du dich in Scarecrow's Welt vergnügt hast. Ja, ja. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir! Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir! Ich bin ganz ohr! Mhm. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie zässt ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Oh Gott. Zäs. Zäs. Bleib, wo du bist, Batman! Und hör mir genau zu! Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Ich komm doch, kleine... Wenn du etwas verherkommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Mach das. Mach das nur, säs. Ich weiß, du willst doch das draus. Schau es nicht, Kleiner? Echt? Was solltest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus! Du hast auch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicy! Bleib, wie du bist, und warne dich! Ja, bleib stehen, Batman! Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rinnen. Die Einstellung ist richtig! Mach sie fertig! Sehr schön! Zäs ist ausgeschalten. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Hier geht Nilton vorhin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich hab versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich hab sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formeln. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Scheiße! Ist sie... Arme Doktor Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J Verräter hasst! Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir der Keiler? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Nur drei? Okay, vier. Bitte gut? Hm, ja. Glaube ich. Shit, daneben. Erstmal den Elektro-Mann ausschalten. Weg mit dir. Schlaf schön. Max-Kombo-Bonus. Fünf. Fünf. Oryl. Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne Tech Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lushes hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. So, der Aktiv-Modus. Aber wir können ja das Blut scannen. So. DNA-Abdrücke. Ah, wir können ihm folgen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das eine Leid ist unser Freud. Ich glaube, wir dürfen hier durch. Wir stehen bestimmt wieder... Oh, ich habe gedacht, hier stehen Wachen. Okay. Quincy Sharp. Ihr Scheiß-Drecksdinger. Zu spät gesehen. Voll erschrocken. Äh. Okay. Okay. Ja, ja. Ja, ja. So. Drei Stück. Okay. Okay, okay, okay. Das hält nicht lange vor. Hm. Oh, was? War hier nicht gerade was? So, du kommst da hin. Wieso kommst du dich drüber und stellst dich mir? Wieso? Weil ich keine Lust habe. Ich bin sicher, es kann von da drüben. So. Können wir dich mit dem Gleitritt, oder? Nein. Ah, das wollte ich nicht. Ist das alles, was du drauf hast, Batman? Ich bin sicher, es kann von da drüben. Schlaf schön. Nichts mehr da. Wow, fuck. Äh, nö, 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 nö. Bin ich nicht, bin ich nicht. Ich bin weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben sie allesamt abgelenkt. Oh. Kommst du hoch? Nicht mehr da, mein Kleiner. Nicht mehr da. Ich bin sicher, es kam von da. Echt? Boah, jetzt kann ich nicht mal einen Gleittritt machen. Boah. Ich bin doch da. Na, du bist nicht da, mein kleiner Freund. Was war das? Los, zeig dich! So. Schalte ich erstmal dich aus. Schlaf gut. Und hinfort. Mehr hast du nicht drauf? Doch. Und zwar, dich zu... Töten. Äh, ne, nicht töten. Ausschalten. Schlafen legen. So. DNA-Spuren folgen. Okay, wir müssen hier lang. Ah, und wir kommen jetzt endlich hier durch. Sehr schön. In dem Raum. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Schafi hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. Rar. Kommst du auch auf die Party, oder was? Natürlich, Harley. Wenn du auf eine Party einlädst, komme ich immer gerne. Vor allem in dein knappen Kleidchen. Rar. So. Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstrengung herzulaufen. Da lang geht's. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unwirklich. Die werden die Beine entfernt. Und er darf Kaiser-Joker-Zaubertricks vorführen. So. Fertig. Rar. Das machst du toll, Sharky. Na, noch mehr? Hm... Ich glaube nicht, Harley. Ich glaube nicht, dass er Lust hat. Medical Facility Visitor Center. Kipapu. Oh. Verfallener Tunnel. Der beste Tür verflossen. Hier kommt die Friede aber auch nicht durch. Wenn der Stoker Batman bremsen wollte, warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht? Willst du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar. Ich mochte sie noch nie. Es ist kalt nötig, Mann. Komisch. Mir hat er das gleiche befohlen. Ich hab ihm gesagt, dass ich da keine Schwester habe, aber... Tu! Die Fledermaus! Du wirst sterben! Du wirst sterben! Erstmal dich hier! Schlafschild! Lass dich dich schlagen, Idiot! Weg, weg, weg mit deiner Waffe! Au! Das tat weh! Take down! So! Oh! Du lebst ja noch! Oder stehst ja noch, besser gesagt! So! Schauen wir mal, ob wir zur Riggler Trophäe kommen. Jo! Kommen wir! Sehr schön! Ach! Mann! Falsch! Naja! Egal! Wir sind ja noch nicht so gut in Batman und so. Haben es ja noch nicht lange gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Über 5 Stunden? 3... Ne, 2 Stunden bestimmt jetzt schon. 2 Stunden? 3 Stunden? Keine Ahnung. Figur freigeschaltet. Scarface! Okay. Ah! Ich glaube wir müssen eh nach da. Und durch hier. Ach du Scheiße! Zest zählt drauf, dass du seine Arbeit findest. Oh Gott! Okay, ein Scharfschütze. Scharf mal, oder? Kommen wir noch höher? Nein! Hier ist der Anstaltsleiter. Es ist lebenswichtig, dass jeder seine Waffen sofort entlädt. Ah! Ich empfehle sie direkt in euren... Ich kann das nicht lesen. Ah! Direkt in euren Kopf zu entladen. So. Lautlos ausschalten. Schlaf schön. Sch... Schlafe. So. Da haben wir 6 Unbewaffnete. Wenn wir nicht festgestallt sind, riskierst du nicht zu der Lippe. Willst du meinen Puls messen, Doc? Das wird nicht reißen, wenn ich nicht mit Medikamenten zugedröhnt bin. Du bist immer zugedröhnt. Auch nicht schlecht. Ja, das bin ich wohl. Das nimmt dem Tag die Schärfe. Und dann hat das Zusammentreten dieser Krankenpfleger noch... Er ist hier! Ja! So, komm schon. Ja. So. Geht's ihm gut? Nö, deinem Kumpel geht's nicht mehr gut. Schlaf schön. So. Weg mit euch allen. Was denn? Was denn? Komm her! Trau dich! Au! Komm schon! Trau dich! Trau dich! Trau dich! Ah, Idiot! Warum hast du dich das überhaupt getraut? Okay, da geht's weiter. Können wir mit dir sprechen? Nein, können wir nicht. Okay. Und wir müssen weiter in den Zellenblock. Äh, Bad Rang. Äh, Bad Claw. Und wir ziehen's runter! Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ah, ein Riddler Trophy. Okay. Okay, mehr auch nicht. Schade. Und hinein. Okay, hier ist es ruhig. Hä? Gehen wir mal nach unten. Achso, da kommen wir nicht weit. Okay. Haha, hätte ja sein können. Okay, wir folgen mal der DNA-Spur. Geht so weiter hier. Und es ist verschlossen. War ja klar. Okay, müssen wir den Umweg hier lang nehmen. Und dann schauen wir mal. Mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wo geht's hier weiter? Okay, eine Kamera ist ausgeschalten. Noch eine. Ich glaub, das ist auch eine Herausforderung. Okay, keiner ist auf dem Pissoir. Sehr schön. Na ja, man muss ja überall gucken wegen einer Riddler Trophäe. Hab ich mir schon fast gedacht. Und hier? Nichts. Oh ja. Wir sind so sexy. Sexy. Sexy Hexy. So, okay. Weiter geht's. Ich folge den DNA-Spuren. Da lang. Danke. Ach du Scheiße. Zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Two-Face. Killer Troc. Ach du Scheiße. Da geht's nicht lang. Ach du Scheiße. Da geht's nicht lang. Oh Gott, ist das ja laut. Komm schon. Lass uns durch. Kamera. Okay, die geht nicht kaputt. Schade. So. The Green Mile. Ivy. Halt! Halt! Batman, bitte! Du musst deinen Babys helfen! Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen uns Hilfe. Bleib wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei da rumläufst. Arme Kinder, ich rette uns. Charakterbiografie freigeschalten Story von Poison Ivy Seit die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines Misslungenexperiments zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen. Und unterwirft ihre Opfer mithilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihre menschliche Seite dem Rücken gekehrt und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihrer Verführungskunst dank seinem eisernen Willens bislang allerdings stets entziehen konnte. Naja. Fakten Pamela Lillian Isley Berufsverbrecherin Gotham City Grün Rote Haare 1,72 42 Kilo Erster Auftritt Batman Nr. 181 Im Juni 1966 Eigenschaften Ist in der Lage, das Wachstum von Pflanzen zu fördern und zu steuern. Ist aufgrund ihrer mit Pflanzen-Genen gekreuzter DNA ein gefährliche Gegnerin. Scheidet natürliche Pheromone aus, mit deren Hilfe sie ihre Opfer kontrolliert. Ihre Haut sondert ein tödliches Gift ab. Besessen von den Gedanken, die Menschheit auszurotten, um die Pflanzen den Weg zu ebnen. Ich habe hier ein bisschen Angst vor den ganzen Verrückten. Muss ich ehrlich zugeben. So. Das werden wir. So, schauen wir mal. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Wie kommst denn du da rein, Cash? Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Ich bin hier der Einzige, dem du vertrauen kannst, Batman. Deine Leistung ist schnäufer, als ich dachte. Bei diesem Tempo schlägst du... Clayface. Hilfe! Neuer Charakter... Ach du Scheiße. Carlo war ursprünglich Schauspieler in Horrorfilmen, verlor jedoch den Verstand, als er erfuhr, dass einer seiner größten Erfolge mit einem anderen Schauspieler neu verfilmt werden sollte. Er schlüpfte daraufhin in die Maske eines... des Filmschurken Clayface und tötete mehrere Mitglieder der Crew, die an dem Remake arbeiten, bevor er von Batman und Robin ausgehalten wurde. Später schloss er sich dem Matpack an, einer Gruppe von Gestaltwandlern, die den Namen Clayface benutzten. Die Gruppe wurde besiegt, aber Carlo überlistete seine Verbündeten, injizierte sich ihre Essenz und erlangte übermenschliche Fähigkeiten. Als Gestaltwandler kann er Gegner durch eine Berührung in Protoplasma schmelzen. Ferner kann er die Fähigkeiten von Helden oder Schurken imitieren, die er kopiert. Fakten Basil Carlo Berufsverbrecher Gotham City Rote Augen Keine Haare 1,96 120 Kilo Detective Comics Nummer 40 im Juni 1940 Eigenschaften Kann nahezu jede Gestalt annehmen. Aufgrund seiner wandelbaren Gestalt ist er äußerst schwer zu fassen oder zu verletzen. Seine Berührung kann giftig sein. Interessant Oh Es ist doch eine Falle, oder? Wenn wir direkt da hoch können. Worauf wartest? Harley Sie müssen mir helfen! Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen! Kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihren Todeskampf. Ja? Aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Nein, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Na ja. Oh, bitte. Ach egal, ich mach ne Ausnahme. Nein. Das fühlt sich so viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Kaval. Und apropos Kaval. Hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schneid mich los. So, Ziel erfüllt. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist der nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzor. Was? Oh. Ja. Natürlich. Hätte ich mir jetzt mehr darunter vorgestellt. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Ah. Kryptografische Sequenz. Benutze Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Sicherheitsprotokolle werden mit einem 125-Bitte-D-Chefria-Code geknackt. Okay. Schön. Ja. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Hallo. Ah. Ziel. Ah, hier. Okay. Sehr schön. Zielen und suchen. Sehr schön. Schön. Das war vorher aus. Bleiben Sie hier. Upgrade verfügbar. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers an die Hände fallen, oder? Nö. Hm-mm. Ich habe Angst vor den Leuten, die draußen auf uns warten. Deswegen nimm mich mal einen kleinen Weg. Das ist ein Entwickler, oder? Das ist ein Entwickler. Das ist ein Entwickler. Du verdienst mein Respekt, Detektiv, du klarer Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Das ist 100 pro einer der Entwickler. Hehe, Easter Egg. Lohnt sich, überall ein bisschen rumzugucken. So, aber bevor wir die Verrückten bekämpfen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Ciao.